Ja hallo ihr Lieben, ich bin ja hier auf dem Caramanen Salon 21 und ich bin bei OutShare, das ist ein super Produkt, ich habe es selber schon getestet, es ist so traumhaft, ich liebe ja so Sachen und ich bin jetzt mal verabredet mit dem lieben Oliver. Moin Oliver, grüß dich, ja ich habe es gerade schon gesagt, ganz kurz, ich finde es so cool, denn ich durfte schon das ein oder andere mal ausprobieren, wo wir zusammen beim Gates of Summer gewesen sind und was genau ist dein Produkt? Ja, wir haben quasi die Sitzheizung nach draußen verlegt, das heißt wir haben Sitzpolster, Sitzauflagen, Kissen, Wärmedecken quasi mobil gemacht, mit Akkubetrieben sind die, dass man halt eben, wenn man draußen unterwegs ist, Outdoor, bei Camping oder Wandern kann man sich trotzdem immer warm halten. Ich finde es so toll, also wie gesagt, wir haben zusammen abends draußen gesessen und mummelig eingepackt, warm gesessen, es ist super, alle fanden es total klasse, weil alle haben gefroren und wir saßen schön draußen und die Leute haben nur gedacht, hör mal, kriegst du keinen kalten Hintern? Nee, kriege ich nicht. Ja, lass uns doch einfach mal durchgehen, was habt ihr für Produkte und wie funktionieren sie vor allem und was gibt es Neues? Ja, also hier haben wir ganz ein Klassiker, hier sehr beliebtes Teil, das ist eine Sitzauflage, die auf alle Camping- und Gartenstuhl-Hochlehner draufpasst, das ist eine ganz einfache, dünne Auflage. Wir haben da zwei Heizelemente eingebaut, das eine sitzt am Rücken, eins sitzt am Po und hier vorne haben wir ein Akkufach, also das Ganze wird betrieben mit einem Akku. Eine normale Powerbank von euch? Ja, das sind normale Powerbanks, die werden mit USB wieder aufgeladen, dann kann man hier sich einstellen, drei verschiedene Heizstufen, hier haben wir jetzt die höchste, rot ist die höchste Heizstufe, grün mittlere, blau ist die niedrige Heizstufe. So hat man hier mit so bis zu zweieinhalb bis fünf Stunden Wärme. Individuell einstellbar, jeder so wie es gerne mag. Genau, so wie er es braucht, genau. Und so hat man mal für zweieinhalb bis fünf Stunden Wärme. Das ist ordentlich von der Zeit, also das ist super. Dann haben wir hier, was haben wir da? Das sieht auch spannend aus. Das Teil nennen wir Backup, ja, das ist Backup, wie der Name schon sagt, Rückenunterstützung. Ja, das heißt, das ist ein Sitz, da kann man frei sitzen. Also wenn man keinen Stuhl hat, kann man hier mit sitzen, auf dem Boden, auf einer Bierbank, einfach auf einer Kiste, Bierkiste. Wenn man zum Beispiel so für Veranstaltungen, wie, ich sag jetzt einfach mal, irgendwelchen Rennen oder irgendwo geht, wo diese Bänke sind. Genau, Festivals, wo man teilweise gar nicht sitzen kann. Genau. Ich zeig das mal kurz, setz mich mal rein. Da kann man sich da reinsetzen und kann es sich ganz bequem, kann man sich anlehnen und dann sitzt man wie in einem gemütlichen Campingstuhl. Und man hat automatisch direkt das Ganze beheizt und hat einen schönen, warmen Rücken. Ja, wenn es kühl wird, schaltet man einfach die Heizung dazu und das Teil ist halt total super. Also ich nenne es unseren Allrounder, weil den kann man tatsächlich für alles benutzen. Ja, hier in diesem Sitz sind so Stangen eingearbeitet, um das Ganze zu stabilisieren, dass man es als Freisitz benutzen kann. Man kann den Sitz aber auch ganz normal als Auflage in einem normalen Stuhl benutzen. Dazu kann man, wenn man das möchte, die Stangen rausnehmen. Das haben wir extra so gekonstruiert, dann wird das Ganze weicher und flexibler und passt sich jeder Stuhlform an. Und da kann man damit auch gemütlich in jedem anderen Stuhl sitzen. Oder man nimmt es als Schlafunterlage im Schlafsack oder so, wenn es kalt ist in der Nacht. Auch super. Ich war jetzt letztens ja erst mit dem Dachzelt unterwegs in den Hochalpen. Und es war nachts dann doch was schattig auf über 2000 Meter Höhe. Und da kommen wir zu einem Produkt, wo ich gesagt hätte, das wäre jetzt cool gewesen. Denn ihr habt Decken, die beheizt sind. Ja, wir haben also Decken in verschiedenen Größen. Und du sagst gerade Dachzelt. Da haben wir extra für die Leute, die im Dachzelt oder überhaupt noch im Zelt Camping machen, wenn die auf dem kalten Boden oder halt eben kalt haben, haben wir jetzt eine richtig große Decke gemacht. Zwei Meter mal 80 Zentimeter, dass man halt eben auch nachts... Also eine richtig Matratze. Und hier diese Decke kann man, also wie auch alle andere unsere Produkte, kann man die Decke nicht nur mit dem Akku betreiben, sondern auch wenn man Strom hat, kann man es auch hier mit entsprechenden Adapterkabeln auch direkt an 220 Volt oder 12 Volt anschließen. Das heißt, es hält auch wirklich dauerhaft. Das heißt, du musst dich Angst haben, dass die Powerbank nachts um und her gehen würde, weil du zwei Tage unterwegs warst und konntest zwischendurch nicht laden. Hast du damit, wenn du 230 Volt hast, dauerhaft eine warme Rückenunterlage. Und in der Decke haben wir drei Heizelemente. Eins im Fußbereich, eins am unteren Rücken und eins am oberen Rücken, kopffrei. Sehr schön. Das ist toll. Da liegt man warm. Und dann haben wir natürlich auch hier das unsere kleinste. Die hatten wir auch ursprünglich so mal als Haustierdecke, also vor allem für Hunde gedacht gehabt. Sehr beliebt bei Haus. Aber dadurch, dass dann auch viele wirklich so nutzen, kam dann auch der Gedanke mit der großen. Genau, dann haben wir auch hier eine Nummer größer gemacht. Das ist unser Komforter L, heißt er. Den haben wir so in der Größe, dass er dann eben bequem in den Stuhl reinpasst. Genau, da habe ich drin gesessen. Genau, dass man das entweder so macht, dass man sich reinsetzt, hat man Rücken und auch Gesäß beheizt. Das sind auch zwei Heizelemente, das eine hier, das eine da, sodass man also bequem warmen Po und Rücken beheizt hat. Was auch toll ist, zeigt es gerade, wenn man die Decke eben nimmt und legt sie sich so über die Beine. Dann hat man also bis hier oben, bis zur Brust, ist man warm eingepackt. Und vor allem, man ist vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt, weil diese Seite ist absolut undurchlässig. Und dann ist natürlich die Kombi, die du jetzt gerade hast, perfekt. Die Stuhlauflage hinten, Rücken, Po warm und dann so sitzend. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es gemacht, es war traumhaft. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Ja, da kannst du abends schön lange sitzen. Da konntest du abends wirklich schön lange draußen sitzen, das ist wohl wahr. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich sehe hier links, ja, hier haben wir unseren Bottenheater, nennen wir. Das ist ja ähnlich wie unser Backup von der Größe her. Es ist halt ein reines Schaumstoffkissen, halt für die Leute, die es halt eben ganz leicht haben wollen. Und eben auch bequem, dass wir das mal auch so mitnehmen wollen für Stadionbesuch oder Freilichttheater, dass man da irgendwo mal sitzen kann. Oder halt eben einfach nur als Auflage. Und alle haben diese drei Heizstufen? Alle haben sie die drei Heizstufen. Der ist auch toll für Leute, die Wohnmobile ohne Sitzheizung haben. Die meisten Wohnmobile haben nämlich keine Sitzheizung vorne. Stimmt. Da kann man das super mit ergänzen. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Die Idee ist auch super. Ja, genau, dafür ist das toll. Und ihr habt eine Neuheit. Ja, wir haben sogar zwei Neuheiten. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt auch eine Fahrradsitzheizung gebaut. Also das ist ein Überzug. Man kennt das ja oft. Vor allem die, die halt bei Wind und Wetter mit Fahrrad unterwegs sind. Das Fahrrad steht draußen. Normaler Sattel. Ja, normaler Sattel ist nass, von weil es geregnet hat. Oder im Winter oder Herbst ist es eiskalt. Da hast du hier die Auflage. Die ziehst du da einfach drüber. Und das Schöne ist, ihr habt im Grunde zwei super Sachen miteinander kombiniert. Also viele haben ja einfach so einen Überzug für über den Sattel. Und ihr habt einfach noch eine Heizung mit reingepackt. Wir haben das kombiniert. Genau. Und ist ein bisschen gepolstert, sitzt ein bisschen bequemer. Und ja, das ist wie beim Auto. Wenn man einsteigt im Winter, ist es erst mal kalt. Und somit kann man sich das eben schön vorheizen und warm machen. Auch im Winter, wenn du am Weg zur Arbeit, viele machen es ja mittlerweile und fahren mit dem Rad. Genau. Dafür ist das natürlich eine wirklich promulgige Nummer. Ist eine schöne, feine Sache. Ja. Und dann haben wir was für die Fraktion mit den kalten Händen. Haben wir unser Muffin. Ja, das ist ein Handwärmer-Muff. Den haben wir eben so gemacht, dass man mit den Bändern entweder hängt man sich den um den Hals oder man bindet sich ihn um. Und dann kann man dann halt auch im Winter, wenn man die Hände gebrauchen muss zum Arbeiten oder für irgendwas anderes zu machen, kann man so zwischendurch mal da reinstecken, kann sich die Hände wärmen. Ja, gerade auch für Leute, die am Markt arbeiten oder sowas. Viele von euch gehen doch wahrscheinlich auch gerne auf den Flohmarkt. So, und auch die Flohmarkt-Verkäufer beispielsweise, die, wenn du viel stehst, im Winter, Herbst, kalte Hände, Hände da rein. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du nichts mehr anpacken kannst, weil deine Finger abgefroren sind. Richtig, genau. Und dann hat man da schön warme Hände. Warme Hände, genau. So, und dann haben wir aber eine Sache noch, die finde ich auch sehr cool. Und das liegt da, das zeigen wir euch jetzt mal. Ja. Und das leidige Thema der Menschheit, Rücken. Es ist ja einfach so, oder, Olli? Ja, es ist so. Es ist einfach so, das leidige Thema Rücken. Und da hilft natürlich Wärme immer. Ja, da haben wir hier unser Hitpad. Das ist unser kleinstes Modell von den Sitzauflagen. Ist eben dazu gedacht geworden, dass, wenn man unterwegs ist beim Wandern oder sonst irgendwas, dass man halt eben auch mal unterwegs, wenn man ist, sich irgendwo hinsetzen kann, ohne jetzt ein großes Teil mitschleppen zu müssen, weil dieses Teil hier so klein ist. Wenn man das zusammenrollt, das passt in jeden Rucksack und in jede Handtasche. Das geht immer. Ja. Das ist super. Und, ja, und bei der Gelegenheit ist uns eingefallen, man könnte das Ding auch benutzen. Nicht nur als Sitzauflage. Als Sitzauflage, sondern auch eben als Nierenwärmer. Da haben wir hier extra so Bänder dran gemacht, die man abmachen kann, wenn man sie nicht braucht. Das geht hier mit Glätt. Kann man die dran oder abmachen, wie man das möchte. Und dann kann man sich das Ding als Nierengurt umlegen. Dann hat man schön die Nieren gewärmt und auch, wenn man Rückenschmerzen hat, genau an der Stelle, wo es wehtut, auch wohltuende Wärme. Und jetzt gerade, wo es langsam, aber sicher Richtung Herbst marschiert, ich hoffe, dass auch dieses Jahr wieder Weihnachtsmärkte und sowas stattfinden. Wenn du jetzt den ganzen Abend in der Kälte rumläufst, das Ding unter einem Mantel, unter einer Jacke, es ist so klein, es fällt überhaupt nicht auf. Aber du hast nicht dieses mit Sitz unten in den Rücken rein, es ist kalt. Gerade jetzt, dann in der späteren Jahreszeit, natürlich top. Und ganz ehrlich, beim Skifahren. Ja, auch. Skifahren, ganz ehrlich. Viele haben auch, es ist kalt Rücken und das ist einfach der Punkt. Auch auf den Hütten ist ja meistens, wenn du dann draußen sitzt, diese Bänke, die sind meistens eiskalt und manchmal auch noch nass, wenn es geschneit hat. Dann legst du das Ding drauf, Wasser macht in unseren Teilen allen nichts aus. Da ist immer irgendwie beschichtet oder irgendwas drunter, dass da kein Wasser durch kann. Weil selbst wenn du dich mit den dicken Skiklamotten, nämlich auf diese Bänke setzt, du kennst es wie LRW Cannons, du setzt dich da hin am Anfang, da ist nicht so schlimm. Aber sitzt da mal eine Viertelstunde, es geht einfach durch. Und das Ding packst du aus, legst da hin und top. Ja, so ist es. Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine super Nummer. Wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich bin total überzeugt davon und habe gedacht gehabt, muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen und vorstellen. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke dich logischerweise mit in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr selbstverständlich all die Sachen auch beziehen. Und ja, Olli, vielen lieben Dank fürs Zeigen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke dir. Schön, dass du da warst. Gerne. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.